Dem Phänomen Bitcoin nähert sich jeder auf seine Art. Satoshi Nakamoto sagte dazu früher, It might make sense just to get some in case it catches on. Vielleicht denkt ihr ja auch so. Falls ja, besprechen wir in diesem Kapitel einen konkreten Weg, wie ihr Bitcoin kaufen könnt. Dies ist ein Beispiel und Conserve hat mit der Tauschplattform, die wir zeigen, keine Partnerschaft. Wir sprechen auch keine Empfehlung aus, sondern wollen euch lediglich für euren ersten Kauf ein Beispiel zeigen. Wie kann man jetzt Bitcoin erhalten? Man könnte es meinen, man könnte es von jemandem geschenkt bekommen oder der gängigste Weg, man tauscht Euro gegen Bitcoin mit einem Tauschpartner. Es gibt zwei verschiedene Arten von Tauschplattformen oder auch Exchanges genannt, die einem diesen Tausch ermöglichen. Zum einen gibt es zentrale Exchanges wie Coinbase, eine der größten und in den USA gegründete Exchange, die in vielen Ländern für den Handeln registriert ist. Eine weitere ist Bitpanda, mit Sitz in Österreich und damit interessant für europäische Kunden. Diese Plattformen müssen ähnlich wie Banken viele Vorgaben erfüllen, zum Beispiel Geldwäschegesetze oder Transaktionslimits einhalten. Eine weitere nennenswerte Exchange ist Kraken. Sie hat als eine der ersten Plattformen in Europa SEPA-Überweisungen akzeptiert und steht auch unter anderem in Kooperation mit der deutschen Fidor Bank. Es gibt unzählige Exchanges im Krypto-Bereich, wir wollen aber noch zwei große nennen, nämlich Bitfinex und Bitstamp. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Nutzer müssen sich verifizieren, um teilzunehmen und die Plattformen besitzen eigene Bankkonten und deren eigene User-Interfaces. Sprich, hier wird Geld auf das Konto der Tauschplattform überwiesen und danach steht es dann für Tauschgeschäfte wie den Kauf von Bitcoin zur Verfügung. Diese Exchanges funktionieren sehr gut und haben einen hohen Durchsatz. Allerdings unterliegen sie den lokalen politischen Regelungen zu Bitcoin oder Krypto im Allgemeinen. Es gibt auch dezentrale Exchanges wie BISC oder LocalBitcoin. Hier gibt es keine zentrale Firma, die das Tauschgeschäft abwickelt, sondern der Nutzer benutzt eine Software, die den Tausch Peer-to-Peer, also unter den Nutzern, direkt ermöglicht. Meist wird hierbei, um gegebenenfalls Konflikte lösen zu können, ein gewisser Betrag als Sicherheit hinterlegt. Der Verkäufer hinterlegt den Bitcoin-Betrag, den er oder sie verkaufen will und der Käufer überweist das Geld direkt auf das Konto des Verkäufers oder man trifft sich sogar in Person. Danach werden die Bitcoin freigegeben. Der Vorteil ist also, dass man nicht den lokalen Regelungen unterliegt und deshalb sind diese Art Exchanges sehr beliebt in Ländern, die Krypto ablehnend gegenüberstehen. Aber sie haben auch nicht die Markttiefe für größere Transaktionen. Circa 0,1 Bitcoin kann man dort gut kaufen, größere Beträge aber eher nicht. Im deutschsprachigen Raum kann man beide Arten gut benutzen, zentrale und dezentrale Exchanges. Dazwischen gibt es noch Hybridlösungen, wie zum Beispiel Bitcoin.de. Hier wird die SEPA-Überweisung auch direkt von Käufer zu Verkäufer getätigt, wie bei den dezentralen Marktplätzen. Allerdings wird der Bitcoin-Einsatz treuhändisch bei Bitcoin.de hinterlegt und nach erfolgreicher Überweisung freigegeben. Es ist also eine Mischform, die auch den lokalen Regelungen unterliegt. Wie in jedem lebendigen Markt wächst das Angebot der Tauschplattformen immer weiter. Hier ist es also notwendig, vor dem ersten Kauf etwas zu recherchieren. Zum Beispiel könnte eine wichtige Fragestellung sein, gibt es einen Ansprechpartner für mich, falls ich rechtliche Schritte unternehmen muss? Zum Beispiel, wenn der von mir gekaufte Bitcoin-Betrag nicht angekommen ist. Tauschplattformen können durchaus auch Geld verlieren. Hier gibt es zwei nennenswerte Fälle, wie Mt. Gox in 2011, wo der Gründer gehackt wurde, oder Quadriga in 2018, wo der CEO starb und angeblich der einzige war, der Zugriff auf die Bitcoin der Plattform hatte. Also, Vorsicht ist geboten. Dazu sei noch gesagt, dass Coinbase in England eine Zweigstelle hat, Bitpanda operiert aus Österreich heraus und Bitcoin.de hat den Firmensitz in Deutschland. Bei dezentralen Lösungen gibt es natürlich keinen Ansprechpartner. Hier vertraut man dem Protokoll der Software. Wie ihr seht, alles hat Vor- und Nachteile. Jetzt zeige ich euch in diesem Praxisteil, wie man sich bei einer Tauschbörse anmeldet. Das könnt ihr dann gerne später nachmachen. Für Trainingszwecke nutzen wir Bitpanda, eine Tauschbörse mit Sitz in Österreich, die damit auch EU-reguliert ist, einfach zu bedienen ist und in deutscher Sprache verfügbar ist. Es bleibt am Ende aber eure Entscheidung, welche Exchange ihr später nutzt und welche euren Anforderungen am besten entspricht. Wir von Conserve sind produktneutral und sprechen ganz bewusst hiermit keine Empfehlung aus. Alles hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Auch Bitpanda. Los geht's auf diesem Registrierungslink. Natürlich ist es möglich, dass Bitpanda die Oberfläche oder auch ihre Links im Laufe der Zeit ändert. Bitte beachtet das also. Hier müsst ihr Name, E-Mail und Passwort für euer Bitpanda-Konto wählen. Grundsätzlich wichtig, aber erst recht wichtig im Krypto-Umfeld, bitte wählt ein sicheres Passwort mit mindestens 16 Stellen und einer Mischung aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Bitpanda will sicher gehen, dass ihr auch im Besitz der angegebenen E-Mail-Adresse seid. Deshalb erhaltet ihr eine Bestätigungs-E-Mail von Bitpanda. Klickt dort den Bestätigungslink. Im neu geöffneten Browserfenster werdet ihr durch weitere Fragen zu den EU-Geldwäscherichtlinien geleitet und anschließend zur Verifizierung eurer Identität aufgefordert. Dies könnt ihr übrigens auch später machen, wenn ihr euch erstmal die Tauschbörse anschauen wollt. Wir bleiben aber bei der Verifizierung. Hier ist wichtig, dass ihr eine richtige Telefonnummer angebt, da ihr darauf später eine SMS erhaltet. Um den Verifizierungsprozess anzustoßen, gebt ihr die SMS-PIN ein, die Bitpanda euch geschickt hat. Wählt dann eure Staatsbürgerschaft, bevorzugte Sprache und das Dokument, mit dem ihr euch ausweisen wollt. Dieses Dokument müsst ihr dann griffbereit haben. Bitpanda leitet euch weiter zu einem Verifizierungspartner. Dort wird eine Videositzung eröffnet und die Mitarbeiter führen euch durch den Prozess durch, alles bequem von zu Hause. Danach kann es noch ein paar Minuten dauern, bis die Verifizierung bei Bitpanda das Konto aktiviert. Bitpanda schickt zur Bestätigung der Verifizierung eine E-Mail. Diese Information kann man auch immer unter Mein Konto einsehen. Ein verweist noch auf die zwei Arten, wie man Bitpanda nutzen kann. Bitpanda bietet zwei Plattformen an. Einmal Bitpanda unter Bitpanda.com. Das ist die am besten für Einsteiger geeignete Plattform. Und dann gibt es noch Bitpanda Pro, erreichbar unter exchange.bitpanda.com, wo man erweiterte Funktionalitäten für Fortgeschrittene findet. Beide Plattformen kann man mit dem gleichen Konto nutzen. Beim ersten Anmelden kann man eine Wunschplattform wählen. Wir empfehlen mit Bitpanda.com anzufangen. Von Bitpanda nicht erwartet, aber von uns dringend empfohlen ist das zusätzliche Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung, was eure Kontosicherheit erheblich erhöht. Zwei-Faktor-Authentifizierung könnt ihr mit einer App wie dem Google Authenticator auf eurem Smartphone aufsetzen. Diesen Punkt findet ihr unter Mein Konto und Sicherheit. Also, ein starkes Passwort zusammen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wichtig für die Sicherheit eures Kontos. Wie funktioniert das jetzt, wenn man Euro einzahlen oder später auszahlen will? Hierzu empfehlen wir, dass ihr euch erstmal mit den Bitpanda Limits beschäftigt. Unter dem angegebenen Link findet ihr die aktuellen Ein- und Auszahlungslimits, die bei einem verifizierten Konto gelten. Weiter unten auf der gleichen Seite findet ihr noch die Transaktionsgebühren. Sucht dabei nach Bitcoin und findet die Gebühren für Ein- und Auszahlung. Diese Gebühren können sich ändern, also unbedingt im Blick behalten. An dieser Stelle machen wir einen ganz kurzen Exkurs in die Bitpanda Pro-Plattform. Beim ersten Besuch müsst ihr diesen Disclaimer links akzeptieren. Bitpanda Pro richtet sich ganz klar an erfahrene Trader, Profis und Institutionen. Hier ist es wichtig, dass man bereits Trading-Erfahrung hat und zum Beispiel mit verschiedenen Order-Arten umgehen kann. Zusätzlich in diesem Disclaimer auch der Verweis, vorsichtig zu investieren. Auf Bitpanda Pro werden die Gebühren sauber dargestellt, was man bei dem Einsteigerportal von Bitpanda leider vermisst. Dort werden bei einem Bitcoin-Kauf einfach die Gebühren abgezogen, ohne dass man sie vorher dediziert sieht. Auch gibt es auf Bitpanda Pro zum Beispiel Maker- und Taker-Orders, die entweder sofort oder später ausgeführt werden und unterschiedlichen Gebührenmodellen unterliegen. Falls das für euch interessant ist, könnt ihr jederzeit mit dem richtigen Link zwischen den Plattformen Bitpanda und Bitpanda Pro wechseln. Eure Einzahlungen stehen auf beiden Seiten zur Verfügung. Wie sieht denn jetzt der Einzahlungsprozess bei Bitpanda aus? Hier gibt es viele Zahlungsmethoden. Eine SEPA-Überweisung ist kostenlos und bei Sofortzahlungsdiensten fallen Gebühren an. Die Zahlungsmethoden erreicht ihr, indem ihr auf Einzahlung geht und dort eure Währung auswählt. In unserem Beispiel sind das Euro. Noch zwei Tipps am Rande. Nummer 1. Es gibt eine alternative Zahlungsmethode, nämlich über Bitpanda Gutscheine, die ihr in Österreich in jeder Postfiliale kaufen könnt. Das geht per Kartenzahlung, aber auch gegen Bargeld für kleinere Beträge. Man erhält von der Postfiliale einen Papierbeleg mit Code, den man unter Trade, Gutscheineinlösen eintragen kann. Zweiter Tipp. Man kann auch einen Sparplan einrichten. Was ist das? Nichts anderes als eine automatisch wiederkehrende Kaufoption. Damit nutzt man den sogenannten Cost-Average-Effekt. Sprich, mit einem immer gleichen Euro-Betrag, zum Beispiel 100 Euro, kauft man zum Beispiel wöchentlich oder monatlich Bitcoin. Bei niedrigem Kurs wird etwas mehr Bitcoin gekauft und bei einem hohen Kurs etwas weniger. Nach der Einzahlung von Euro könnt ihr nun Bitcoin kaufen. Hierzu müsst ihr noch gegebenenfalls auf den Zahlungseingang warten. Danach könnt ihr auf Trade klicken und auf Kaufen. Alternativ, wenn ihr einen Gutschein nutzt, könnt ihr den hier einlösen. Dann wählt ihr eure Kryptowährung aus. Achtung, es gibt Bitcoin-Nachahmer, also bitte unbedingt Bitcoin BTC auswählen. Links unten sieht man schön, dass Bitpanda hier den einfachstmöglichen Weg für Einsteiger wählt, aber es fehlen hier eben die Transaktionsgebühren. Man sieht lediglich einen ungefähren Betrag an Bitcoin, den man mit diesem Kauf erhalten wird. Danach auf Einlösen oder Kaufen klicken. Damit ist der Kauf auch bereits ausgeführt und wird euch per E-Mail bestätigt. Auch in dieser Kaufbestätigung werden die Gebühren leider nicht aufgeführt. Unter Dashboard sieht man jetzt den gekauften Bitcoin-Betrag. Diese Bitcoin liegen jetzt in der Online-Wallet von Bitpanda und sind eurem Konto zugewiesen. Ein Wort zu Wallets von Tauschbörsen. Unsere Empfehlung ist, so wenig wie möglich Drittanbietern zu vertrauen, zum Beispiel was die Aufbewahrung von Bitcoin angeht, sondern wir raten die Bitcoin immer in Eigenverwahrung zu nehmen. Damit schauen wir uns jetzt noch die Überweisung von Bitcoin an. Über den Punkt Senden kann man die gekauften Bitcoin auf eine Adresse schicken. Diese kann eine Adresse sein, über die nur ihr Kontrolle habt, zum Beispiel auf eins eurer Hardware-Wallets. Hier könnt ihr die Bitcoin-Adresse einfügen, zum Beispiel per Copy-Paste aus einer Wallet-Software. Bei einer Bitcoin-Überweisung prüft bitte extrem sorgfältig, dass es sich auch um eine Bitcoin-Adresse handelt und nicht um eine andere Kryptowährung. Dann prüft bitte auch genau die Korrektheit der Adresse. Warum ist das so wichtig? Eine Bitcoin-Transaktion kann man nicht mehr rückgängig machen. Also lieber einmal mehr schauen. Deshalb weist euch Bitpanda darauf auch nochmal explizit hin. Ihr müsst dann noch eine E-Mail bestätigen und erhaltet anschließend eine Bestätigungs-E-Mail. Im Bitpanda-Dashboard findet ihr unter Aktivitäten, dass diese Überweisung aussteht. Eine Bestätigung für die Überweisung dauert im Schnitt ca. 40 Minuten, kann aber auch deutlich länger dauern, je nach Auslastung der Tauschbörse und der Bitcoin-Blockchain. Nach Bestätigung wird dieser Status entsprechend angezeigt. Falls ihr selbst Empfänger wart, lockt euch zu diesem Zeitpunkt in eure Wallet-Software ein, um den Eingang zu überprüfen. Und damit habt ihr erfolgreich eine Bitcoin-Überweisung getätigt.